Hallo und hier ist wieder der Andi von Architenius. Wir veredeln heute mal gemeinsam Obstbäume. Wir machen das mit Apfelbäumen. Das sind alte Sorten. Hierzu nämlich zwei verschiedene Veredlungsmethoden. Einmal mit der Veredelungszange und zum zweiten zeige ich euch den Kopulationsschnitt. Viel Spaß dabei. Hier sind unsere vorgewässerten Edelreiser. Ich habe hier verschiedene Sorten. Roter Herbstkalveel, grüner Fürstenapfel, hinten ist der Martini, Vierländer Blut. Wir haben also viele alte Sorten hier noch mit drin, die Stück für Stück sich jetzt wieder langsam vollsaugen nach der Winterruhe mit dem Wasser. Sie stehen jetzt ungefähr drei, vier Stunden im Wasser drin. Das sind unsere Unterlagen. Kleine Bäumchen mit Wurzel. Die sind einjährig. Ich nehme als Unterlage, weil ich ja gerne einen Hochstamm haben möchte, den Bitterfelder. Der Bitterfelder ist ein Apfel, der sehr gut Stärke nach oben bringt. Das heißt, die Bäume werden sehr hoch und auf diesen Bitterfelder werden wir jetzt gleich die anderen veredeln. Wir haben jetzt hier zwei Reiser, zwei Edelreiser von Apfel, Vierländer Blut. Und ich habe hier mal einfach als Unterlage eben drei verschiedene kleine Apfelbäumchen genommen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir ein Reis finden, was ungefähr die Stärke hat, wie auch das kleine Bäumchen. Ich habe also hier einen genommen. Man sieht, der passt ganz gut von der Stärke her, wie die Unterlage ist. Die beiden würde ich jetzt zusammen veredeln. Und hier ist ein etwas dickerer. Den könnte man weiter oben nochmal veredeln. Hier muss man sich auch beeilen, denn der fängt langsam an zu treiben. Hier würde ich auch die oberen Spitzen schon nehmen, die mehr Saft und mehr Kraft haben. Aber der ist etwas dicker, also würde ich hier eher zu dem etwas kräftigeren Bäumchen neigen. Jo, dann ist der erstmal raus. Dann nehmen wir die beiden. Und hier zeige ich euch zwei verschiedene Veredelungsmethoden. Ich veredle gerne auf der anderen Seite der kleinen Knospe, weil da wo die Knospe ist, an dieser Stelle hat der Baum ganz viel Kraft und hat vor allen Dingen alle genetischen Substanzen, die sagen, hier muss ganz schnell was wachsen im Frühjahr. Dementsprechend habe ich gerne auf der einen Seite die Knospe von dem Edelreis und auf der anderen Seite irgendwo so ein kleines Auge von der Unterlage. Das heißt, ich würde die beiden jetzt versuchen, so rum zu veredeln. Da, wo es eher passt, hier ist er etwas schlanker. Dementsprechend würde ich mir diese Ecke nehmen. Hier machen wir eine normale Kopulation. Jetzt ist egal, ob ich das mit der Hippe oder mit dem Kartoffelmesser mache. Wichtig ist einfach ein schneller Schnitt. Einfach durchgezogen. Oh, hier ist er schon leicht verletzt. Nehmen wir einen tiefer. Schnell durchgezogen, damit man einen ganz sauberen, schön langen, gleichmäßigen Schnitt hat. Wichtig ist jetzt, auf diese geschnittene Unterlage nicht mehr anfassen. Dieser kleine Bereich hier, ganz außen, dieser kleine grüne Bereich, das ist das einzige, was zusammenwächst. Dieser Bereich nennt sich Kambium. Das Verholzte in der Mitte, das wird niemals zusammenwachsen, nur der kleine äußere Bereich. Dementsprechend ist wichtig, dass wir jetzt einen Bereich finden, der genauso breit ist wie hier, genauso geschnitten ist und der dann dort ebenso genauso rauf passt. Ich versuche es mal mit dem Reis, auf der anderen Seite von unserem Auge hier. So, zweimal nachgeschnitten. Ich nehme mal die Hippe, die ist etwas schärfer. So, hier sieht man auch wesentlich mehr Grün. Der ist etwas jünger noch. Wir passen mal aufeinander. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt kommt unser Veredelungsband. Es gibt verschiedene Bänder. Ich nehme einfach dieses hier, wickele ein paar Mal rum, versuche die Augen außen vor zu lassen, die Flächen schön übereinander. So, und jetzt wird kräftig gewickelt, damit diese Flächen auch gut zusammenpassen. Es gibt auch Veredelungsgummis. Ich nehme immer gerne das Veredelungsband. Ich habe schon Leute gesehen, die haben das mit normalem Klebeband gemacht. Das funktioniert genauso. Und diese Stelle soll jetzt ein paar Wochen einfach schön aufeinander gepappt sein. Und dann sehen wir, ob oben das Äpfelchen austreibt. Wir haben jetzt diese Stelle schön fest und wickelt. Fest ist das jedenfalls wichtig, damit die beiden Cambiumseiten aufeinandersitzen, sich in Ruhe miteinander vereinen können. Dieser kleine Reis wird jetzt mit seinem Bäumchen, mit der Unterlage zusammen, erstmal in einen Topf gepflanzt, weil wir nämlich draußen noch Frost haben. Und dann später landet er im Garten und kann dann dort wachsen und wachsen und gedeihen. Bei unserem etwas stärkeren Bäumchen zeige ich euch jetzt mal die Veredelungszange. Hier nehme ich erstmal unsere normale Gartenschere, weil der ist so schön lang. Hier mache ich einfach nochmal zwei draus. Es reicht aus, dass vier, fünf Augen ungefähr lässt man dran. Ich würde den jetzt einfach hier einmal abschneiden. So, und wir schauen mal, wo passt der denn ganz gut hier an unser Bäumchen ran. So, gucken wir mal von der Stärke her. Ja, ab hier passt das ganz gut. Hier habe ich wieder den nächsten Trieb. Hier auch eine Stelle, wo ein Trieb nochmal schläft, der da rauskommt. Das heißt, auch hier ist wieder die meiste Energie im Bäumchen, von da möchte er weiter wachsen. Das heißt, ich würde jetzt hier an der Stelle unseren Schnitt machen. Hier ist die Stelle, die ich jetzt nehmen möchte. Die beiden sind gleich stark. Wichtig ist bei der Zange jetzt nicht hin und her wackeln, sonst habe ich nämlich zwei verschiedene Stellen. Ich habe gerne das Schlüsselloch. Ich gehe jetzt einfach mal, eins, zwei, drei, vier. Hier ist der fünfte Trieb. Ich gehe jetzt einfach mal hier zwischen. Hier ist der Teil, der hier ist der Teil, der wegkommt. Hier war der Teil, wo ich gesagt habe, er passt ganz gut hin, kommt also ebenso, saure Schlüsselloch, das Teil verschwindet und der passt genau eins zu eins in das Bäumchen hinein, so und es ist schon fast perfekt, wir müssen jetzt eben nur sehen, dass auch hier das Cambium außen verwächst, also auch der wird gewickelt und danach erstmal noch eingepflanzt, weil wir noch Nachtfröste haben und später landet er dann im Beet. Auch unser kleines Schlüsselloch wird jetzt ganz kräftig umwickelt, damit das Edelreis auf der Unterlage nicht hin und her wackelt, ganz wichtig, die müssen Ruhe haben, die müssen Zeit haben sich zu vereinen und die Zeit geben wir ihnen. Das Edelreis ist jetzt auf der Unterlage drauf, wir haben hier wunderbar unser Veredelungsband, um die Stelle festzumachen. Viele nehmen jetzt hier vorne einen Wundballsamen, das gibt es von vielen Firmen, hier vorne ein kleiner Punkt drauf, um unsere Schnittstelle, unsere Wunde zu verbinden. Das wird jetzt schön fest und soll verhindern, dass Pilze oder andere Erreger in die Wunde gelangen. Allerdings mache ich das normalerweise nicht, ich habe euch das jetzt nur gezeigt, damit ihr mal seht, wie es funktioniert. Viele nehmen das Wundballsamen auch noch hier rüber, damit eben da kein Pilz eindringen kann. Inzwischen sagen die meisten Experten lässt man das, denn der Baum hat alleine genug Energie, dass er hier das umwallen kann, wie man das nennt und wenn ich das verschließe, dann kann er das nicht mehr so gut. Viele lassen es einfach offen, denn die Gefahr des Pilzes ist nicht so gegeben, aber da, wie immer im Leben, streiten sich die Experten. So, hier sehen wir jetzt von der Sache her das fertige Produkt. Wir haben ja veredelt, wir haben das gestern Abend gemacht, haben dann schnell die Töpfe fertig gemacht und haben dann jetzt euch einmal kurz hingestellt. Ich habe hier acht verschiedene Sorten. Hier ist das Vierländer Blut, der Grundhofer Streifling, Krügers Dickstiel, Lausitzer Nelkenapfel, der Martini, der Ontario, roter Herbstkalve und der gelbe Richard. Das sind die acht Sorten, die wir jetzt haben. Wir haben noch einige andere veredelt. Wir haben tolle Edelreiser von anderen Freunden, die sich mit alten Sorten beschäftigen und wir hoffen mal, dass die jetzt anwachsen. Sobald die Frostperiode vorbei ist, gehen die auch direkt in die Erde, um dann etwas besser mit dem Wurzelbein sich ausbreiten zu können. Und wir hoffen mal, es sind ja auf Bitterfelder Seemlingen veredelte Äpfel, dass die vielleicht in vier, fünf Jahren die ersten Äpfelchen bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer bleibt knackig. Ich wünsche euch noch alles Gute. Denkt an die Äpfel. Ciao, der Andi von der Archendenüs. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020